Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutschlandliebe. In diesem Video nehme ich euch mit nach Hamburg. Es geht durch die sieben verschiedenen Stadtbezirke von Hamburg. Ja, ich zeige euch natürlich auch ein paar Hotspots abseits der touristischen Pfade, die ihr vielleicht noch gar nicht so kanntet. Da könnt ihr sicherlich ein paar Tipps für euren eigenen Städtetrippen mitnehmen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los.